Halli, hallo, hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. So, wir hüpfen hier mal gerade wieder raus und machen uns jetzt kurz auf den Pad zurück, denn wir haben, Moment, Mission, ähm, genau, sprich mit Gusto und Fatale, da haben wir auch noch einen. Dann müssen wir noch zu Faustus zurück. Oh, uns fehlen noch zwei Mitternachtsbrutpilze, nur zwei Stück, die müssten wir eigentlich vorher finden, bevor wir zurückgehen. Das sind noch Klamotten, das auch, die Flöte haben wir auch noch nicht gefunden. Ähm, in der Kanalisation müssen wir auch noch gucken, das heißt, da müssen wir auch gleich hin. Die wahre Identität, das ist, äh, das, ähm, Rosen müssen wir noch ein paar finden, das ist Klamotten. Klar, vermisste Wache, um die Gräber kümmern, ja, da weiß ich noch nicht genau, wie. Einen Brummer müssen wir noch finden und die beiden austricksen. Ja, okay, also im Idealfall finden wir jetzt irgendwie schnell noch ein paar Pilze, so zwei, zwei Nachtpilze, wäre voll toll, wie spät haben wir es? Ähm, vier Uhr noch was, okay, es ist mitten in der Nacht. Kleidung, ah, hier, ja, hier haben wir noch ein bisschen mehr. Ja, die Waldläufer-Ausrüstung haben wir komplett, sehr schön. Oh, das wäre so toll, wenn wir jetzt gerade noch die zwei Pilze finden könnten, dann könnten wir alles auf einmal abgeben, das wäre so schön. Aber wahrscheinlich ist schon wieder zu früh, hä, es ist schon, wird schon wieder zu hell. Oh, diese Nachtpilze, das ist echt, das ist, äh, knifflig. Na, das ist der falsche. Ach, das ärgert mich so, dass das echt. Wir haben ja auch immer nicht so viel Zeit hier, immer nur so ein paar Stunden. Sonst müssen wir mal passend schlafen bis zur Abenddämmerung oder so. Alle, hopp. So. Ne, hier auch nicht, jetzt sind wir schon wieder einmal rum. Ach komm, wir gucken noch einmal kurz im, im neuen Bereich. Noch ist es ja dunkel. Und ich, ich möchte einfach so gerne, dass wir mit den Pilzen fertig werden. So, hier ein bisschen weiter runter und dann gucken wir hier nochmal ein bisschen die Seiten ab. Ich möchte einfach, es fehlen nur zwei Pilze und ich will nicht wegen den zwei Pilzen später nochmal darunter rennen müssen. Das fände ich super, super ärgerlich. Und es ist doch gerade Nacht. Müssen wir gerade echt mal gucken. Ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Das ist nein, nur ein heller Punkt. Och, jetzt geht gleich die Sonne auf und das hilft uns nicht weiter. Das ist die Inschrift. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist schon wieder so einer. Ach, Menno, irgendwo müssen doch die Pilze sein. Und ja, ich weiß, es ist ziemlich duster. Es tut mir so ein bisschen leid für euch. Äh, wir haben aber das, das Problem. Unsere Laterne ist schon alle. Ich möchte nicht alle Kerzen verbraten. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier geht's wieder zurück. Okay. Hatte ich gerade nicht so recht erkannt. Ach, komm schon. Hier müssen doch irgendwo noch ein paar blöde Pilze sein. Das kann doch nicht angehen. Boah, das sieht so schön aus. Aber jetzt ist halt morgen, denk mal rum. So hübsch es aussieht, so wenig hilfreich ist das für uns. Wahrscheinlich müssten wir da nochmal zum Strand runter, hä? Was? Na toll, gleich drei Pilze und kein richtiger dabei. Das darf nie wahr sein. Auch Menno. So, hier ist der Strand. Können wir hier noch irgendwo schnell ein paar Nachtpilze finden? Bevor es wieder zu spät ist. Ach, das sind Goldklumpen. Haha, okay. Der hat so schön geleuchtet. Ich dachte, vielleicht ist es ein Pilz. Nein, 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 nein. Es war zwar was zum Aufheben, aber wieder kein Pilz. Ach, Leute. Das kann doch nicht sein, dass man hier so schlecht an Pilze rankommt. Oh, das ist... Oh, 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 oh. Oh, das ist nicht gut. Jopala. Ah. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch was Schönes? Komm, hier so eine Nische irgendwo hier wachsen doch bestimmt noch ein paar Pilze. Das kann doch nicht sein. Es ist bestimmt schon wieder zu früh, oder? Also zu, zu sehr Tag. Da ist noch einer. Nein. Nein. Das sind welche zum Essen. Ach, das sind schon wieder die Tagespilze. Ach, Menno. Alle, hopp. Hm. Ja, ich sehe schon. Es wird schon wieder viel zu hell. Ich sehe schon, es wird schon wieder viel zu hell. Das wird so nix. Aber wir haben noch ein Blümchen gefunden für Mera. Juhu. Das war es schon mal wert. Das war es doch schon mal wert, finde ich. Hier liegen überall die Typen rum. Ja, und jetzt ist es bestimmt viel zu hell. Das heißt, sie blühen nicht. Das heißt, ich finde sie nicht. Ach, ist das ein Ärgernis. Ist das ein Ärgernis. Diese verdammten Zwei-Nacht-Pilze, die fehlen noch. Nur noch die. Äh, hopp. Komm. Wir gucken mal hier hinten in der Nische noch. Hm, nein. Nein. Oh, schon wieder Gold. Alter, wir werden noch richtig reich hier. Wir werden noch richtig reich. Wir werden noch richtig reich. Oh, okay. Hier sind zwei verschiedene Bereiche wohl aneinander gesetzt worden. Das, äh... Das passt leider nicht ganz von den Texturen. Das ist schade. Okay, hier sind wir also richtig schön am Strand. Okay, ans Wasser habe ich, äh, gehört. Sollen wir nicht rangehen. Ähm, das könnte sonst böse, böse für uns enden. Oh, was haben wir hier? Eine Muschel. Ja, cool. Finde ich, finde ich cool. Ist aber nicht so das, was mir vorschwebte. Na, schade. Ja, jetzt ist... Ist sehr schön wieder anzusehen. Hier ist wieder richtig hell. Aber das war's dann auch. Ist nix mit Nachtpilze. Wo geht's denn hier? Ah, guck mal. Oh, warte mal. Ich muss mal gerade... Äh, haben wir, haben wir... Äh... Divers? Nein. Bücher. Strandkarte. Ah, wir sind jetzt hier ganz hinten am Strand. Hier würde ich sagen... Da ist noch ein Pirat. Den können wir nachher nochmal suchen. Hier ist auch dieses Schiff. Hier ist auch das Schiff. Oh, und hier liegen so viele Todpiraten. Das ist ja der Hammer. Du Schande. So viele Tod... Alter. Kein Wunder, dass das hier der Skeletti-Todesstrand ist. Meine Güte. Oh, da war auch gut bewaffnet, das Ding, hä? Da ist nischt. Boah. Oh, was ein Schiff. Was ein Schiff. War auch schwer bewaffnet und ist da auf Grund gelaufen. Boah, was für ein riesen totes Vieh haben sie denn da. Ach, hat der von Bibern oder so gesprochen oder was? Auf jeden Fall ein richtig großes Vieh haben die als... Als... Ja, Bugsprit da. Als Bugsprit-Statue. Statue. Krasse Nummer. Okay, das ist ja alles so sehr hübsch. Aber... Die Pilze, die ich haben wollte, die habe ich nicht gekriegt. Das ist sehr schade. Dann flitzen wir mal kurz zurück und ich gucke wenigstens mal kurz, ob ich auf dem Weg noch ein Blümchen für Meera finde und ob ich noch, wenn wir denn da hochgehen, genau, noch den Piraten oder was da liegen soll, finden. Was ich sehr cool finde, ist, dass wir uns hier sehr frei bewegen können. Hier laufen keine Wachen rum. Hier unten liegen keine Fallen aus. Das ist ja fast schon ein bisschen zu bequem, was? Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Ihr wisst, was das ist, ne? Aus den... Aus den Höhlen wissen wir das noch. Das ist so ein... So ein Megawurm. Ist hier irgendwo... Zweimal Goldklumpen. Piratengürtel. Okay. Und dann können wir auch die Lampe... Ja, die Lampe auffüllen. Sehr schön. Das finde ich super. So. Laterne ist wieder voll. Sehr gut. Ähm. Aber ich fürchte, ich komme... Ja, 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 ja. Genau. Ja, sag ich doch. Ich komme also nicht ans Bett. Ich kann da nicht übernachten. Aber wartet mal. Ich wollte doch gucken... Ah, das ist... Ah, ja. Hier lag kein Pirat. Das waren hier die Piratensachen. Die haben wir ja gerade gefunden. Die haben wir da rausgekriegt. Das ist sehr schön. Und dann müssen wir noch zu einem Blümchen. Das ist hier rechts lang. Das will ich auch noch gerade machen. Hopp. Ne. Hier liegt noch ein Pirat. Hm. Irgendwie hier... Da! Ich sehe schon ein Blümchen. Juhu! Hui! Noch eine Rose für Mera. 16 von 17. Eine fehlt noch. Das war die, die hier stand. Oh, wie schön. Wir haben voll viele. Ein Blümchen fehlt noch für Mera. Das finde ich aber cool. Aber sonst... Ja, also mit den Pilzen sieht es mau aus hier. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, wo es jetzt wieder Tag ist. Wir müssen hier in der Nacht nochmal hin. Wir müssen hier des Nachts noch einmal hin. Ich speichere mal sicherheitshalber. So. Kurz ein Quick Save. Alles Quärchen. So. Dann haben wir hier eigentlich auch schon eine Menge entdeckt. Von dem, was wir entdecken wollten. Das einzige, was leider, leider, leider noch fehlt. Sind doch immer noch zwei Pilze. Ach. Und das ärgert mich. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal hier hin. Die Pilze holen. Und dann nochmal zurück in die Kanalisation. Oh. Das wird nervig. Das wird nervig. Okay. Hier ist es auch am Tage sehr, sehr dunkel. Und den können wir so... Ah, doch. Ich kann das Gegengewicht anstupsen. Da kann ich ihn rufen. Das ist ja praktisch. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst. Abkürzung wieder zurück. Juhu. Juhu. Entdeckung im Korb. Er ist so niedlich. Er ist so süß. Er ist so süß. Wo ging's hier hin? Ähm. Ist das wieder der Strand? Ich glaube, ne? Wir müssten dementsprechend dann nach oben. So, hier. Hier. Und jawoll. Der Nordhang. Wir sind wieder am Nordhang. Wir sind wieder am Nordhang. Oh. Und ich muss irgendwann mal eine Liste machen. Wer wo sitzt. Damit wir... Ähm. Ich muss eine Liste machen, wer wo sitzt. Damit wir hier, ähm, das in der richtigen Reihenfolge mal machen können. Mit einer Kerze. Aber ich bin ehrlich. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mit der Kerze machen soll. Ich mein, dieses olle Teelicht oder was, was ich dabei habe. Das ist, glaub ich, nicht richtig. Weil das versteht sich, glaub ich, nicht da drunter. Und da Kerze anzünden. Ah, ist grad nicht da. Das ist super. Er ist grad nicht da. Dann können wir hier einfach durchspazieren. Dü, 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 dü. So, der Wartturm. Ja, das hatten wir auch. Den Namen haben wir gefunden. Aber wir haben immer noch in der Kanalisation nicht alles entdeckt. Bin ich mir sicher. Tju, und wir flitzen. Oh. Moment, wir müssen warten. Wache. Wache voraus. Und Wache weg. Juhu. Ja, da, 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 da. Tag auch. Und tschüss. Hihi. So, äh, was hatte ich gesagt? Kanalisation. Wie kommen wir denn am schnellsten in die Kanalisation? Dü, lü, lü. Hopp. So, Schmied haben wir auch hier. Hier haben wir noch eine Truhe. Äh, hopp. Ähm. So. Ein, ein bisschen suboptimal. Aber wir sind heile runtergekommen. Das ist, äh, die Hauptsache. So, einmal durchs Verlies. Und dann können wir, genau, hier kommen wir doch direkt schon zur Kanalisation runter. Dü, 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 dü. Nee, nicht den Stuhl. Die Leiter hätte ich gern. So. Hm, 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 hm. Da, da, di, da, 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 da. So. Wir sind in der Kanalisation. Ach, der Hebel war das. Ha, so. Okay, dann können wir auf dem Weg erstmal gerade abgeben. Hm, das ging hier links hoch, glaube ich. Äh. Ja, guck, da sind wir doch schon. Und das ging doch flott. Hallo, Faustus. Oh, du bist es, Maus. Fühlt ihr euch nicht gut, Herr? Doch, doch, ich... Ha. Weißt du, warum ich hier bin, Maus? Bitte erzähl es mir. Ich war viele Jahre der Leibarzt des Barons. Der beste Apotheker in ganz Moridia. Ich war Teil der Hofgesellschaft. Und die edlen Ratten von Peser sahen mich als einen von ihnen an. Bis ich eines Tages zu den Gemächern des Barons gerufen wurde. Er hatte eine Schwanzflechte. Was ist das denn? Nichts Ernstes. Die Salbe... Wahrscheinlich sowas wie Schuppenflechte für uns oder so, hä? Eine Krankheit, die zu einer Reihe von schmerzhaften Verengungen im Schwanze eines Nagers führen kann. Wenn sie nicht behandelt wird, kann sich das betroffene Gewebe schwer entzünden, faulen und absterben. Oh, als Folge kann der Nager einen Teil oder gar den ganzen Schwanz verlieren. Okay. Die Salbe, die ich auftrug, hatte ich selbst angemischt. Sie hatte sich in anderen Fällen als höchst wirksam erwiesen. Aber dann... Der Baron verlor seinen Schwanz. Das wusste ich gar nicht. Äh, nein, bitte fahrt fort. Also hat man mich hierher geschickt, zur Burg de Luine. So hätte ich Gelegenheit, über meine Unachtsamkeit nachzusinnen, so der Baron. Es hat nicht lange gedauert, bis mich der Wärter an diesen Ort brachte und mir diese Arbeit auftrug. Ich habe meine Strafe ein Dutzendmal abgesessen. Aber solange eine neue Charge Fusel vor sich hingeert, werden mich die Wärter und der Meister nie gehen lassen. Der Meister? Der Wärter gehört zur Schmugglerbande? Natürlich, ich dachte, das wüsstest du. Äh, nee, aber gut. Okay. Hier, ich habe die Proben der acht Pilze gefunden, um die ihr mich gebeten habt. Die acht am häufigsten vorkommenden, wie ich sehe. Ja, toll, danke auch. Schmähler noch, mein Suchen. Was ist mit den vier seltensten? Ich suche immer nach euren Fungusproben, mein Herr. Hast du den Pfad abgesucht, der hinunter zum Seeufer führt? War ich gerade bei und dann wurde es wieder Tag. Dort findest du sicherlich ein paar Spezimina. Die habe ich doch, glaube ich, schon, oder? Egal. Ich sollte jetzt gehen. Äh, was? Ich. Sehe ich das gerade richtig? Sehe ich das gerade richtig? Ich kriege keine Belohnung. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Keine Belohnung? Oh, Mann. Ja, Piratengürtel. Sehr schön. Das eines Piraten, das und eine Wäscheklammer. Okay, das ist nicht wirklich sinnvoll. Ach, die schützt vor Gift und Feuer. Guck mal, wie viel die vor Gift schützt. Einfach, wenn er eine Wäscheklammer auf die Nase setzt. Das ist süß. Aber atmet man den nicht eigentlich durch den Mund und kriegt das Gift genauso ab? Naja, gut, egal. Ah, also ein Teil eines Piraten fehlt noch. Dö, 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 dö. Und ich habe letztens schon wieder vergessen, ich hätte mit der Kerzenkappe einfach rumlaufen können. Das hätte mir ein bisschen Kerzen und Öl erspart. Ist egal. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Hier ging es doch auch noch irgendwo weiter. Ähm. So, hier. Wo muss ich jetzt nach dem Zeichen suchen? Und welches Zeichen war es nochmal? Ich gucke nochmal kurz. Die wäre es? Ach, die Muschel. Eine Muschel, die von den endlos wogenden Wellen des Velia-Sees geformt wurde. Ja, schön. Obolus des Wärters. Obolus einer Wache. Okay, das sind scheinbar alles die mit dem Pfotenabdruck. Was ist das? Marki... Ach nee, das ist ein markierter Obolus. Der ist mit einer Glühfe markiert. Das ist der. Kann ich den irgendwie angucken? Nee, ne? Nee. Tja, wo ist jetzt hier irgendein Hinweis? Ich war ja nochmal hier unten. Ich war ja nochmal hier unten. Ähm. Moment, hier unten könnte ich eigentlich gerade... Haben wir doch eben von gesprochen. Kappe. Ja, hier ist eklig. Hier ist aber auch nichts weiter. Hm. Hier in dem Tunnel ist die Sicht ein bisschen sehr dicht dran an mir. So, hier ist besser. Hoppala. Na gut. Was haben wir hier noch? Schönes. Tö, 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 tö. Das Fass ist leer. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Hier könnte noch irgendwas sein. Hm. Nein, das ist wieder der Rückweg. Ach, so ein Kappes. Wir müssten doch hier irgendwo... Wenigstens können wir noch springen, weil Rennen geht nicht mehr mit der Kappe. Hier war ein Zeichen, das haben wir schon abgefackelt. Oh. Da habe ich doch noch einen übersehen. So. Nicht, dass ich hier noch versehentlich reinbasel. Das wollen wir nicht. Ähm. Das ist hier. Das ist hier. Und hier geht es wieder raus zum Verlies. Nee. Kanalisation. Irgendwo muss doch noch was gewesen sein. Hier sind keine Hinweise dran. Hm. Tja. Da ist die Frage. Hier hoch war ich gerade, ne? Nee. Ach so, warte mal. Hier. Genau. Hier geht es nicht weiter. Ob man hier noch irgendwo dran drehen muss? Kann? Soll? Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich guck mal kurz auf die Karte. Nicht auf die Karte. Auf... Auch nicht auf die Karte. Oh, warte. Ach, hier am Wartturm. Ja, hier soll noch eine Rose sein. Aber irgendwo oben, die habe ich noch nie gefunden. Ähm. Katakombenkarte. Kanalisationskarte. Das hilft nicht weiter. Katakombenkarte. Zwei zum Sprechen. Müssen wir da vielleicht nochmal hin mit unserem Geist reden? Mission. Moment. Äh. Ja, mit den beiden quatschen. Ja, die zwei Pilze. Äh. Das ist das. Finde. Freibeuter Stiefel haben wir noch nicht. Die Diebestunike haben wir noch nicht. Die Flöte haben wir noch nicht. Durchsucht die... Nee. Kanalisation. Nach dem Zeichen des Meisters. Identifiziere die fünf Schmugglerwachen auf Befehl des Kommandanten. Der Schmied wies sich an, ihn am Strand zu treffen. Der Schmied hat dir das Zeichen der Schmuggler gezeigt. Und des Meisters. Hat er? Nein, ich konnte mir das noch gar nicht angucken. Das hat nicht funktioniert mit dem Zeichen. Ja, den Katakomben-Schlüssel haben wir jetzt. Kann ich bitte den... Mit einer Glüfe. Ja, darf ich die einmal sehen? Kann das sein, dass wir diese verdammte Glüfe noch nie gesehen haben? Kann ich hier nicht einfach dran rumdrehen? Das sieht auch so aus wie ein Geheimgang. Hier sind aber auch überhaupt keine Glüfen oder irgendwas dran. So, hier haben wir auch noch diese düstere Ecke. So, hier können wir noch einen Stock nehmen. Aber sonst... Ist das alles ziemlich mau hier. Das ist doch Käse. Wartet, ich gucke noch mal gerade da oben bei Spinni vorbei. Hö! Äh, okay, mit der Kappe geht das nicht. Mit der Kappe geht das nicht. Oh, ja, so. Hö! Ja, so. Jetzt können wir sie wieder aufsetzen. Eine ekelhafte tote Spinne. Ein... Holz- oder Steinbretterverschlag. Aber auch nix Glüfe. Nichts, was mir weiterhilft. Hier sind ein paar Pilze nachgewachsen. Hm. Auch hier keine Glüfe. Such in der Kanalisation. Die sind gut. Wo denn hier? Oh, wartet. Oh, wartet. Oh, wartet. Ich sehe, wir überziehen schon wieder. Ich muss mal gerade speichern und mich dann für heute verabschieden. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag morgen oder Abend. Und beim nächsten... Die Kiste glüht. Wir haben die Kerze noch im Kopf. Ähm, und, äh, ja. Wie gesagt, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und, ähm... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ähm... Und dann gucken wir mal, wie es hier irgendwie weitergeht. Weil ich bin gerade so ein bisschen am Verzweifeln wieder. Aber noch nicht so schlimm, wie wir es schon mal hatten. Wir gucken uns noch ein bisschen in der Kanalisation um beim nächsten Mal. Und dann geht's weiter. Macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017